Das Leben ist eine Schachpartie, in der du gegen die Zeit spielst. Wenn du zu lange grübelst, wird man dir die Figuren bald vorm Brett fegen. Die Zeit ist ein Gegner, der keine Unentschlossenheit duldet. Was ist dein sehnlichster Traum? Hast du die Absicht, ihn zu verwirklichen? Wie viel Zeit widmest du täglich der Verwirklichung dieses Traums? Ein starker Wille ermöglicht es uns, selbst dann noch an unserem Vorhaben festzuhalten und unseren Weg weiter zu verfolgen, wenn eine schwere Niederlage uns geschwächt hat. Durch eiserne Selbstdisziplin lassen sich solche toten Punkte überwinden und oft genügt es, den Schauplatz unserer Niederlage nur ein paar Schritte hinter uns zu lassen, um wieder Mut und Zug für sich zu schöpfen. Der Kraft des allumfassenden Geistes bestimmt unser Leben. Wer sich von dieser Kraft bedient, wird in seiner kurzen Lebensspanne getragen wie ein Adler von der Kraft des Windes. In jeder Sekunde unseres Lebens glücklich die, die diese Kräfte zu nutzen wissen, sich tragen lassen, sich tragen lassen von der Kraft des Windes. Sobald wir uns zu einem bestimmten Vorgehen oder einer bestimmten inneren Haltung entschlossen haben, gibt es kein Wenn und Aber mehr. Der Kurs liegt dann unwiderruflich fest. Wenn du keinen neuen Entschluss fasst, dann wanderst du im gleichen Trott weiter wie bisher und verschließt dich damit von neuen Chancen, Gelegenheiten, Überraschungen und Entwicklungen. Vor deiner eigenen Gestaltung deines zukünftigen Lebens, du knallst die Türen der neuen Möglichkeiten zu, wenn du keinen neuen Entschluss fasst. Gewöhn dir an, noch so bedeutungslose, erscheinende Aufgaben unter allen Umständen zu Ende zu führen. Mit der Zeit wird Ausdauer zu deiner zweiten Natur werden. Eine Ausdauer über durchständliche entwickelte Ausdauer und Willenskraft, diese zwei Eigenschaften sind die Werkzeuge, mit deren Hilfe du deine Träume mit Sicherheit erreichst. Deine Träume, Visionen, Ziele, Ideen werden nur funktionieren, wenn du Arbeit reinsteckst. Denn die Zeit, ihre ureigene und begrenzte Lebenszeit ist unwiederbringlich und unaufführlich weitergewandert. Du solltest dich sofort verstärkt mit dich selbst und auch mit den Entschlüssen beschäftigen, aber ebenso sehr vom Wunsch nach Erfolg durchdrungen ist, der darf sicher sein, dass er seine Träume erreichen wird. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020